Geht doch gar nicht, oder? Warte mal. Ich probiere mal was. Wie kann ich hier abmachen? Vielleicht wenn wir das Tor schließen und einen davon dagegen laufen lassen, dass wir den vielleicht... Welcome to Let's Dance. Genau, slow here, let's dance. Oh! Ja, fast. Nee. Ach, krass. Krass, wir benutzen quasi andere Leute, dass wir weiterkommen. Boah, das ist ja krass, das ist ja mies. Das ist ja schon fast mies. Was steht hier oben? Ah, 10N7, wenn ich das richtig sehen kann. Oh, das ist ja schon... Ah, ich fühle mich total unwohl bei dem Spiel gerade. Das ist ja so eine ganz komische Atmosphäre. Aber irgendwie auch aufregend, das rauszufinden, was jetzt noch passiert. So. Okay. Eine Pfütze. So. Ob wir die Küken wieder sehen werden? Äh, okay. Ich probiere es. Bin mir nicht sicher. Ist das richtig? Das war falsch. Oh! Ist es ein Secret? Kann das sein, dass das so ein Secret-Dingen ist? So, ihr Lieben. Musst mir auf... Ja, schönen Abend, Timbo. Danke, dass es da war. Viel Spaß noch bei dem, was du machst. Und danke fürs Reinschauen. Guck mal da hinten. Alter, die laufen voll im... Laufschritt. Voll benommen. Wie so Zombies. Es gibt also auch noch normale Menschen, die das kontrollieren. Ich mach mal eben hier das Ding in hier. Guck mal, das ist ein... Guck mal, das ist so ein... So ein Tonband. Damit kann ich aber leider nichts machen, glaube ich. Okay. Hm. Plexi, Inside war für mich 2016 das beste Game. Ja. Ist echt... Das ist bisher echt cool. Gefällt mir sehr... Gefällt mir sehr gut bisher. Voll nicht rauszufinden, was hier los ist. Alter, nein. Gott. Herz in die Hose gerutscht. Ja. Tyrannimo. Wir kommen immer weiter hier. Und... Ich will gar nicht wissen... Alter. Was ist denn da los? Der arme Timmy. Timmy. Guck mal, der eine da mit dem Kopf. Alter. Hast du gesehen? Die sind voll benommen. Voll so zombie-mäßig. Alter. Oh Gott. Okay. Hier ist eine Leiter. Wir gehen da mal... Warte mal. Nee, bevor ich jetzt den Weg gehe, den straighten, gehe ich mal... Okay. Ich gehe die Leiter hoch. Das ist, glaube ich, besser. So. Äh... Nein. Warte mal. Kann ich die Leiter... Nein. Warte mal. Nein. Ah, das geht cool. Das war schon eine Rätsel-Lösung. Ähm... What the fuck is das? Ich habe den Schalter jetzt extra nicht betätigt. What the fuck? Weil ich nicht weiß, was gerade passiert. Okay. Okay. Der Knopf geht nicht. Ich glaube, wir müssen den Schalter betätigen. Oh Gott. Draußen, die laufen noch. Tack, tack, tack. Hört man die ganze Zeit. Warte mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Oh Gott. Die sind relativ synchron, die beiden. Boah, das ging gerade mal gut. Huah. Alter Schwede. Alter Verwalter. Hu. Okay, jetzt kommt ein bisschen Musik. Oh, die Taube. Nein, 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 nein What the fuck? Alter, was? Oh Gott, ist das mies. Oh Gott, ist das mies. Ich würde so auffallen. Ich könnte das gar nicht. Alter, was? Oh Gott, das ist mies. Ich will gar nicht wissen, was hier passiert. Obwohl, eigentlich würde ich es schon gerne wissen. Ui. What? Ich wollte es nur mal ausprobieren. Es tut mir leid. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Ich wollte wissen, was passiert. Alter. Oh, was ist denn hier los, ey? Hey, was ist hier los? Was? Alter, voll strange. Das Spiel ist so teuer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. Der Hund. Der wird uns hundertprozentig bemerken. Der Hund bemerkt uns hundertprozentig. Da wette ich mit. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Fuck. Was ist hier? Äh. Äh. Ciao. Der Hund. Scheiße. Fuck, der Hund. Fuck, der Köter. Alter, geh weg. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Muss ich angeln, war? Jo. Oh nein. Der arme Timmy. Der arme Timmy. Timmy, Timmy, Timmy. Ich will mal kurz einen Schluck trinken. Warte mal eben. Alter, was ist denn bitte hier los? Mal ganz ehrlich. Die sind alle hier irgendwie in Hypnose oder so, die... Die Leute hier. Die sind alle irgendwie so komisch in Hypnose. Wir können die aber auch irgendwie steuern. Du kannst mich mal. Ciao. Blöder Köter. Geh weg. Ach, wie krass. Ach, krass. Alter, ein Spiel. So, und jetzt? Okay. Ah, ich verstehe. Okay. Na, das ist ja relativ simpel. Das kann ja jeder meistens haben wir hier in den ersten fünf Sekunden gecheckt. Ähm. Okay. Mr. Souverän ist wieder unterwegs. Müssen wir mal eben gucken. Also, wir brauchen auf jeden Fall die Kiste für die Plattform. So viel ist klar. Kann das sein, dass wir... Warte mal. Wie geil das aussieht, wie er da hängt. La, 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 la. Äh, nein. Hör, hör auf damit. Ich wollte gerade loslassen. Kann das sein, dass wir jetzt vielleicht... Aber, hä, das kann ja auch nicht sein. Ah, doch. Warte mal. Jetzt die Kiste erst drauf. Ich glaube, jetzt kommen wir weiter. Aber wieso können wir die steuern? Hat das irgendwas mit diesem komischen Wurm zu tun, was das Schwein auch hatte? Das ist ein Sprungbett, wie ein Schwimmbad, ne, oder? Okay. Da oben ist eine Plattform. Äh, wie soll das denn gehen? Hä? Oh. Kann er da irgendwas nehmen? Nee. Wie soll das denn funktionieren? Wie der läuft. Aber, hä? Aber mit Schwung kann er auch nicht sein, oder? Kann mir gar nicht vorstellen. Weil, warum ist da unten die Plattform? Nee. So viel Schwung kriegen wir gar nicht drauf. Warum ist da unten die Plattform? Mir schließt die gerade der Sinn nicht. Was können wir denn hier machen? Gar nichts, oder? Wir müssen auf jeden Fall mit dem Wagen müssen wir auf jeden Fall da oben durch. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Frage ist nur, wie? Hä? Ach, da oben ist nochmal so ein Ding. Ah, jetzt sehe ich das erstmal. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Bin schon wieder so verpeilt. Aber den kann man auch da anschließen, oder? What the fuck? Willst du mich verhaschen? What the fuck, Alter? Nein! Okay, da wollte ich zu viel. Okay. Da wollte ich definitiv zu viel. Ich habe mich immer nochmal ein bisschen lauter gemacht. Das habe ich jetzt erstmal gesehen, dass oben nur so ein Ding ist. Ah, ich glaube, ich weiß. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, wo für die Plattform ist. Das ist voll Stranger-Spiel. Voll. Naja, life is strange, ne? Äh, achso. Hui. Und jetzt, ähm... Ne, warte mal. Kann ich... Hä? Ne, Moment. Der Typ, der da unten läuft, der muss da drauf. Der Typ, der den Wagen zieht, der muss da oben drauf. Nein! Oh, fuck. Komm, Moment, du Sau! Ist voll durch das Spiel. Volles Rohr. Aber irgendwie schon geil gemacht. Muss man ja mal sagen, ne? Krass. Ah, das ist schon irgendwie... Das ist schon irgendwie cool gemacht. Hat schon irgendwie so seinen eigenen Charme, ne? Muss man ja sagen. Mit Schirmscharme und Melone. Was ist denn da unten? Äh. What the fuck? Was machen die da unten? Nein! Das war nicht gut. Das war falsch. Okay. Klasse gemacht. Ja. Ich lass mal Timmy hier so stehen. Ziemlich am Anfang der... Plattform. Und dann den Hebel betätigen. Mal gucken. Das müsste ja von der... Von der... Dings reichen. Oh Gott. Äh. Ich schwimm mal erstmal in die andere Richtung. Nicht in die direkte... Richtige Richtung. Oh. Ja, 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 ja. Nicht ertrinken. Timmy nicht ertrinken. Timmy nicht ertrinken. Was ist das denn hier? Hrrr. Okay. Es war so lila am Leuchten. Ich dachte, probier's mal aus. Na, kannst du das greifen nochmal? Ah, es geht. Ach, cool. Komme ich hier irgendwie... Okay. Ich brauch das bestimmt für die andere Seite, oder? Kann das sein? Na, hallo? Wie cool und süß das Spiel auch gemacht ist. Ich mein... Süß. So. Mit der Palette erinnert mich gerade an Last of Us. Wo die da in diesem Untergrundtunnel sind, der U-Bahn. Wo alles überschwemmt ist. Und dann, äh... Ellie sich so eine Palette holt. Oder beziehungsweise Joel seine Palette holt für Ellie, weil Ellie ja nicht schwimmen kann. Ich bin ja gespannt auf Part 2 von Last of Us, ob Ellie mittlerweile schwimmen gelernt hat. Entschuldigung. Moment. Das kam jetzt gerade unerwartet. Das Süßherchen. So. Wo sind wir jetzt? Hier ist ein Knopf. Äh... Okay. Oh, das ist ein Fahrrad. Da ist noch ein Knopf. Ich drück mal drauf. What the fuck? Darauf ist die Kette. Wo komm ich nicht ran? Äh... Und nü? Ah, hier. Hier vielleicht? Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Aber was bringt uns das? Irgendwas müssen wir machen, um nach rechts drüben zu kommen. Prost, HSV-Fan. Willkommen zur Let's Play Live Show und zur Inside. Ähm... Können wir irgendwas holen? Eine Palette oder sonst irgendwas. Und da drüben drüber. Müssen wir wieder hinkommen. Das reicht nicht. Haben wir irgendwas hier unten? Irgendwas wird was da hinziehen können oder so? Ne. Oh, der arme Timmy. Oh. Na, hallo? Okay. Ähm... Ich bin da wenig befragt. Hier können wir auch nichts machen, ne? Ne. Wir können nur den Knopf drücken und darauf warten, dass das Wasser abgelassen wird. Ist das echt eine Timing-Geschichte, oder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Okay. Hm. Da müssen wir mal das Köpfchen anschregen. Mal gucken. An die Kette komme ich auch nicht dran, da oben. Sonst irgendwas hier vielleicht? Das hat bestimmt irgendwas mit der Kette zu tun. Welche Kette? Die ich durch deine Fresse gezogen habe. Da gab es da so einen komischen Witz. Übersehe ich hier irgendwas? Hm. Hier kann ich nichts greifen. Und hier ist nur wieder der Raum. Ist das... Ist das nur eine Timing-Geschichte? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist nur eine Timing-Geschichte, aber da komme ich doch nie im Leben zu der Tür da. Und da oben dran springen kann ich auch nicht. Ist zu weit weg. Ah, was soll ich denn hier machen? Ist doch unter Wasser irgendwas, was ich übersehen habe. Ah, Moment. Ich bin da so doof. Natürlich. Einfach Wasser ablassen. Oh, ich bin so schlau. Oh, bin ich hohl. Manchmal bin ich so klug. K-L-U-K. Ah, jetzt brauche ich den Koffer wahrscheinlich für Dings, ne? Kann das sein? Für die Kette. Wie geil das einfach kombiniert. Und was ist das für ein Licht so da oben? Wie geil das einfach zusammenhängt alles. Ich bin so klug. K-L-U-K. Kann man so schlau sein? Oh. Oh, wie geil das ist. Wie geil dieses Spiel einfach ist. Guck mal da oben. Shuttlebus oder Shuttlezug. Krass. Ob da auch die Leute drin sind, die... Guck mal da. Jetzt weiß ich, wo das Licht herkommt. Äh, okay. Oh, oh, oh. Ich kann mir vorstellen, dass wir von den Lichtgegeln vielleicht nicht getroffen werden dürfen. Na, andersrum, Alter. Schöner Lichtgegel. Ja. So schön hell. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Ich bin tot. Ciao. Oh Gott. Es tut mir leid. Timmy. Geronimo. So. Gucken wir mal. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Oh, 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 Alter. Aber da hinten der Zug, wie mies es einfach ist. Und ich dreh und dreh und dreh und dreh und dreh und der Lichtgegel kommt und huah. Spannung pur. Und jetzt? Achso. Oh nein. Oha. Okay. Alter, wie soll ich das denn? Okay. Ne. Ach, hör auf. Komm da rein. Geh da rein. Huah, Alter. Erstmal den undirekten Weg gehen. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, oben ging es vielleicht doch noch woanders lang, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, nein. Wie man schon absichtlich so denkt, so, nein, ich runterspringen, ist es doch zu gefährlich, Timmy. Der alte U-Bahn-Schacht. Wahrscheinlich. Also denke ich mal. Geht's nirgendwo lang. Dann gehen wir mal nach rechts und schauen mal, was uns dort erwartet. Ob wieder die Hunde irgendwann mal wieder kommen? Was ist denn? Oha. Sitzen da wir hier drinnen? Ne, ne? Ne. Ich dachte schon. Guck mal da hinten, die Hunde. Hab ich gerade noch gesagt? Wie gut, dass die mich nicht gerochen haben. Ernsthaft? Oh Gott. Tyrannimo. Ob's Timmy es jemals schaffen wird, aus dieser Hölle rauszukommen? Lauf! Das schafft er nicht. What the fuck? Alter, wie mies. Da mit Timmy. 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 Was soll man denn machen? Du kannst mich mal. Ciao. Was? Der schwimmt? Willst du mich verarschen? What the fuck? Lauf! Komm schon! What the fuck? Du, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Alter, ernsthaft? Höh! Ne, ne, ne. Alter. Wie soll ich das machen? Fickt euch, ihr Köters. Ciao. Nein, 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 nein. Uah. Blöde Hunde. So. Reicht das? Nein, das reicht noch nicht. Oh, nein, 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 nein. Nein! Höh! Was? What the fuck? Magical00. Hallo, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen. Der arme Timmy. Oh Gott, Hilfe. Mach, 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 mach. Alter, das ist doch... Wie soll ich das denn schaffen? Oh Gott. Boah, was? Boah, wie gemein. Ich wurde gefressen. Ja, leider. Das schaffe ich nie im Leben. Höh! Blöde Köter, geh weg! Geh weg! Oh nein, Alter! Huah! Huah, Alter! Huah, huah, huah! Huah, was? 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 What the fuck, Alter! Huah! Alter, was? Das gibt's doch gar nicht. Huah, Alter! Hu, hu. Ha! Hu! Okay, machen wir anders. Also. Kommt mal hier rüber, Hundis. Oder beziehungsweise, kommt mal hier hin. Hallo! Oh, er fällt doch immer wieder hin. Ey, das gibt's doch nicht. Hu! Oh, Alter! Ha, Alter! Hu, ha, ha, ha! Oh, Alter! Na, nein! Die sind so intelligent! Ich bin's nicht! Hallo! Klar, darfst du Tipps geben. Immer gerne. Oh, wieso fällt der immer da runter? Alter! Huah! Huah! Ein Brett haben wir schon mal! Hallo! Ich bin hier! Freunde! Ah, springen! Ich glaub, springen ist ein guter Tipp, ne? Kann das sein? Oh, gut! Hu! Oh, ha! Hallo! Hallo! Ich bin's, Tibi! Hu! Ciao, Jungs! Huah! Hu! So, jetzt aber. Ciao! Hu! Hu, Alter! Hu! Du musst warten, bis die Hunde direkt unter dir sind. An dem Zaun dann erst drauf und an der anderen Seite gehen. Und du musst springen. Ja! Danke für den Tipp. Hab ich gerade auch. Huah! Nein! Was? Hu! Was? Wie komm ich hier? Kann ich hier? Ah, so. Okay. Oh Gott! Nein! Ähm. So. Lala. Lalalalalalalala. Lalalalala. Ähm. What the fuck? Was ist da unten? Was ist denn das? Äh. Höh. Lass mich. Nein, lass mich. Nein. Nein, lass mich. Lass mich. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Irgendwie die denn einfach so an die Bande drücken und so. Das ist wohl wies. Aber was muss ich denn machen? Jetzt vielleicht? What the fuck? Was soll ich denn machen? Flat Rage sterben mit Flexi, ja. Was soll ich denn machen? Soll ich hier hinten stehen bleiben? Ich bleib hier hinten mal stehen in der Ecke. Vielleicht, äh. Ah, okay. Aber nicht zu viel verraten, Magic Girl. Ich will selber ein bisschen probieren auch, ja. Aber danke für die Tipps. Das ist echt lieb. Danke. 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 Wie krass. What the fuck? What the fuck? Lol. Boah, wie krass das Spiel ist. Ich geb dir mal fünf Minuten zum Grümeln. Und dann schalte ich mich ein. Okay. Boah. 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 Wie cool ist das Spiel einfach. Leute, kauft euch das. Boah. 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 Wie cool das einfach ist. entschuldige bitte. Das ist so. Einfach. Ein Traum. Muss ich runter? Ja, ich muss runter. Okay. Uah, das war falsch. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Also ich hoffe, man versteht, warum es eins mein Lieblingsspiel ist. Ne, warum? Ne, ist schon geil. Das stimmt schon. Schon echt cool gemacht. Okay. Okay, ich glaube, hier lang komme ich nicht. Ich schaue mal oben. Ach, aussteigen kann ich auch. Ach, cool. Juhu. So. Vielleicht schwimme ich hier einfach mal durch. Mal gucken. Funktioniert das? Oh. Uah. Vielleicht kann ich von der Seite irgendwie die Tür öffnen mit irgendwie einem Hebel oder sowas. Wie geil einfach solche Indie-Spiele sind. Total simples Gameplay, aber irgendwie faszinierend. Äh. Ja. Ich kletter mal auf. Mal gucken, wo ich hinkomme. Wir schauen mal. 0, 2. Was ist das hier? Mein Knopf. Oh Gott. Äh. Ähm. Ähm. Äh. Häää. Aua. Das war. Oh Gott. Das war nicht gut. Das war. Kann ich die Klappe voröffnen vielleicht hier? Ach nee. Von hier kam ich ja, ne? Oh Gott. Okay. Also Knopf drücken und wegrennen. Ciao. Oh Gott. Häää. Häää. Okay. Jetzt wird oben, denke ich mal, irgendwas offen sein. Vermute. Also vermute ich jetzt mal. Verdammt. Ich kriege schon wieder Hunger. Fürchterlich. Im Stream kriege ich immer Hunger. Das ist so schrecklich. La 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 la. Da wedelt die Palme. So. Wäre auch zu einfach, durch die Luke zu gehen. Okay. Geht's also hier weiter? Das U-Boot lassen wir mal da. Boah, wie krass. Was ist das denn hier? Voll so eine Uhr. Was ist das denn hier? Okay. Wo geht's hier lang? Voll so ein Urwald hier irgendwo in so einer Halle. Total strange. Was? Ich gebe dir mal eine Chance. Auch wenn ich Streamer mit vielen Zuschauern eigentlich nicht gucke. Mit vielen Zuschauern. So viele Zuschauer habe ich gar nicht. Will ich auch gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind sowieso so eine kleine Community hier. Ist es hier? Kann ich hier oben? Hier oben sieht es aus, ob da oben so ein Schalter wäre. Oh, warte mal. Ah ja. Okay. Wenn man so überlegt, ist es einfach nur... Es ist einfach nur... Ein simples Jump'n'Run, ne? Muss ich da rüber? Okay. Mit ein paar kleinen Mini-Rätseln. Zum Nachdenken. Zum Nachdenken. Wenn ich diesen Knopf vertätige, passiert da wieder irgendwas Böses? Für Team... Ah, cool. Ich komme. Juhu. So. Dann wollen wir mal. Jetzt haben wir die Tür... Alter. Ah. Äh. Geh da rauf. Was war das? Ich habe mich... Ich meine, ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe mich gerade erschrocken. Das war nur... Das war nur... Das war nur ein Husten. Hä? Juhu. Was war das gerade? Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Okay. Muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr nach hier. Alter. Alter. Ich habe mich jetzt in den Fakten bekommen an diesem Scheiß-Schatten oder was auch immer das war. Wie er da drin sitzt so. Ach ja. Ach, guck mal hier. Okay. Äh, hier ist ein Knopf. Okay. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ähm, ja. Was? Nur so eine komische... Was? Streifchen in die Unterwäsche? Ich hoffe, es kommen mal wieder Games raus, wo man echt grübeln muss. Irgendwas schönes. Ja, so wie zum Beispiel The Witness. Boah, The Witness ist so ein geiles Game. Ich habe das Master-Rätsel immer noch nicht durch. Habe ich letztens nochmal gespielt. Vielleicht tauche ich hier einfach mal und gucken, ob ich an den Schalter komme. Kann ich hier eigentlich unter Wasser aussteigen? Ne, muss ich wahrscheinlich auftauchen. Juhu. Ich drücke mal den Knopf. Mal gucken. So, was passiert jetzt? Ah, ja. Das Wasser lässt ab. Okay. Ich stammel wieder ein. Hallo. Ich steige ein. So. Was bringt mir das jetzt? Ah, ich bin so schlau. Ich hätte vorher ja eigentlich darüber springen können, ne? Ich bin so klug. Oh, danke für den Follower. Ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Dankeschön. Na, steigt halt ein. Mann, Timmy. So. Das kennst du nicht, so Witness? Ist doch voll geil. Ach nee, kann...